Wir testen heute die nagelneue Leica sofort und laufen einfach ein bisschen rum und probieren sie aus. Die Sofortbildkameras erleben momentan ein riesen Comeback und Leica hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, auch da ihr eigenes Modell auf den Markt zu bringen. Im Vergleich zu den ganzen anderen Sofortbildkameras ist natürlich auch hier wieder das minimalistische Leica-Design zu erkennen. Alles ist aufs Minimale reduziert, hält sich extrem gut in der Hand und macht extrem viel Spaß damit einfach rumzulaufen. Mit dem 35mm Objektiv kriegen wir den perfekten Leica Street Photography Look hin. Die Fotos haben die klassische Größe der Fuji Instax Mini, die Filme gibt es in Schwarz-Weiß und Farben. Die Leica Sofort hat mehrere Einstellmöglichkeiten, egal ob Selfie, Doppelbelichtung, Extra für Partys, Blitz, kein Blitz, Überbelichten oder Unterbelichten. Die Kamera ist super, um sie einfach immer dabei zu haben, egal ob auf Reisen, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder wenn man einfach nur so rausgeht, um zu fotografieren, weil ich die Bilder eben sofort in der Hand halte, sie in ein Tagebuch einkleben kann oder direkt an Leute weitergeben kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.